hallo willkommen zu mario galaxy sorry dass beim letzten mal das mikro ausgefallen war ich habe leider festgestellt dass anscheinend die frontbuchse an dem gehäuse doch einen kleinen wackelkontakt hat muss ich mir mal in alle ruhe ansehen ich habe jetzt einfach die hintere buchse genommen und da ist der wackelkontakt nicht also in dem fall ist tatsächlich mal das mikro von unschuld also unschuldig ja 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 Was ist das Wettbewerb? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, 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 oh. Ja, das ist gut. Das war's für heute. Was war das denn? 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 Was war das? Was war das denn? Was war das? Was war das denn? 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 war das denn? Was 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 war das denn? war das denn? Was war das denn? war das denn? was war das denn? was war das denn? dass er? was war das denn? war das denn? war das? war das? was war das denn?